Moin Leute, es ist endlich wieder soweit. Ich habe einen neuen Song produziert. Heute geht es um einen Rocksong, den ich vor kurzem aufgenommen habe, jetzt bearbeitet habe. Ich kann euch heute leider nur das Instrumental zeigen, weil die Vocals nicht aufgenommen wurden, beziehungsweise noch nicht. Das ist noch in Arbeit, die Aufnahmen starten die nächsten Tage. Und ja, ich würde mal sagen, jetzt geht's los. Abonnieren Sie das! Abonnieren Sie das! Abonnieren Sie das! Jetzt gehen Sie auf den Weg! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020